Los. Danke. Da ist der Berg! Gehen wir! Noch nicht. Sie hält! Siehst du? Vater, hilf mir! Festhalten! Schnell! Ich rutsche ab! Bleib ruhig! Bin gleich da! War gar nicht so schlimm. Augen auf! Deine Eile bringt uns um. Tut mir leid. Mehr Draugar. Sie stehen so still. Sind Sie tot? Ich meine, noch toter? Junge. Keine Stopp! Nein, steh auf! In der letzten Folge haben wir jetzt hier aufgehört gehabt. Ich bin gestorben an der Stelle, weil der Kampf ein bisschen zu hart war. Und ja, ich würde sagen, wir legen einfach direkt los und stürzen uns in den Kampf und hoffen, dass ich ihn jetzt diesmal schaffe. Hopp! Einmal rüber. Kannst du hier hoch? Aber wir müssen, glaube ich, in den Kampf gehen, der ziemlich schwer und umfällig ist. Also, ach guck mal, den haben wir übersehen letztes Mal. Hast du irgendwas schönes gefunden? Ja, wieder Hacksilber. Sehr gut. Da kommen wir nicht so einfach rüber. Nein, dann müssen wir vielleicht von hier irgendwie. Okay, ne, es ist zu weit. Ich meine, es ist zwar ein Halbkort oder was, aber... Oh, oh. Na komm her. Da hier. Bam. So, bock ihn. Na dann. Na los, aufpassen. Oh, ich hab falsche Tasche gerucht. Das war ein zweiter von denen. Das ist fies. Oh, nice. Das war ein schöner Staffel. Vorsicht, steht da unten irgendwas. Oh, nice. Vorsicht, steht da unten irgendwas. Okay. Okay. Oh, er ist ausgewischt. Wie kann denn das sein? Wir müssen auf unser Leben achten, weil wir haben letztens so krass auf die Ärger bekommen. Aber wir haben hier ganz viel Leben noch rumliegen. Nein, zu dämmig habe ich. Okay, haben wir nochmal Leben bekommen? Ah, sie hat sich gewehrt. Nein, nein. Also der Kampf ist jetzt... Ich stelle mich nur doof an. Der Kampf ist nicht schwer. Ja. Also jetzt ist es mir wie vor den Augen von den Schuppen gefallen und wie man so schön sagt. Keine Ahnung. Oder sagt man das so? Ich weiß nicht. Egal. Hallo. Okay. Ist ja noch irgendwo Leben. Hier ist nochmal Leben. Okay. Die ist so fies, die Frau. Hey. Oh, oh. Das ist schlecht. Wirklich sehr schlecht. Der nächste Teil war, ich bin tot. Vorsicht. Kann man hier mit dem Schild blocken. Ich bin doch weggerollt. Kann man den blocken mit dem Schild? Das ist doch unfassbar. Kriege ich jetzt wenigstens einen Step hin, dass ich da an einer bestimmten Stelle bin? Oder ja nicht. Nein. Nicht dein Ernst. Das dürfen wir den ganzen Kampf nochmal machen, ey. Oh. Ist doch knapp. Wäre jetzt tot gewesen, ne? Alter. Meine Fresse. Das ist zum Kotzen grad. Wirklich. Nein. Nein. Oh. Mann. Ja. Ich weiß. Vergessen wegzustechen. Den ihm das zu fangen. Nein. Die Fresse. Der ist hinüber. Ja. Der ist hinüber. Ja. Der ist hinüber. Der ist hinüber. Nein. Falsche. Ah. Falsche. Ah. Weg, 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 weg. Das ist die große Heilung. Wir brauchen die kleine Heilung erstmal. Nein. Gehen. Oh. Das ist jetzt fies. Diese blöde Kuh. Die nervt so im Hintergrund. Ja. Einmal sehr gut geheilt. Sehr gut. Dieses heben uns auf. Die große Heilung. Nein. Es ist jetzt unendlich. Deine Pfeile bringen sie zur Strecke. Jetzt ist sie erledigt. Endlich. Ich kann doch nicht. Die ist echt unfair, die alte. Oh. 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 Was hast du eigentlich gepeilt? Boah. Ich habe jetzt die blöde Hexe geguckt. Da ist sie eigentlich tot. Wo ist die Dich? Ich hör sie immer noch lachen. Endlich. Blöde Mistkuh, Alter. Das ist das schwerste von allen, glaube ich, gewesen. Na los, wollen wir nochmal. Jetzt haben wir es. Nimm das. Und das. Nimm das auch noch. Endlich, Alter. So, jetzt aufeinandergerissen. Endlich, Alter. Mistviecher. Ich kann mir gut vorstellen, dass es noch viel schwerer wird. Stirb endlich. Was ist das für ein Scheiß? Oh, das war richtig. Oh ja, das war richtig schwer gerade der Kampf. Das war nicht angenehm. Überhaupt nicht. Was haben wir hier noch versteckt? Nix. Oh, Mann, 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 Mann. Das war jetzt gerade echt nicht. Was ist da irgendwas hier? Wir müssen wohl wieder da rauf. Aber wie? Na ja, warte. Na ja, warte. Hier sehe ich schon da unten. Okay, warte. Jetzt können wir doch los. Axt. Achso, hupf. Jetzt. Und. Wurf. Hey. Dürfst du raufen. Komm her. Na, jedenfalls wird es so hoch. Na, los. Endlich. Ja, guck mal hin an. Eine versteckte Drohe. Mit dann. Haben wir es abgepickt noch? Ach, jeder Hacksilber. All diese Toten. Ist es da drin sicher? Glaubst du, hier draußen ist es sicher? Ich habe die Axt schon wieder gatt vergessen, Alter. Was stinkt hier so? Da kommt der erste Boss. Jetzt. Schaut das Hellläufer? Sie sind unberührt. Sieh doch. Los, mach schon mal Feuer. Tigmund, die Messer. So viele Tage. Ohne Fleisch. Ohne Fleisch. Ähm, wir? Hinter mich. Und wenn sie sich auch verwandeln? Wir müssen sie abnehmen halten. Ihr Fleisch abschaben. Immer nur ein bisschen. Diesen Kampf kämpfe ich allein. Okay. Okay. Viel zu stark für euch. Oh, hier wurde. Also ich kann jetzt nicht gegen Menschen verlieren. Das darf an die Zeine jetzt halb kurz. Ja, hallo. Einmal ausgemischen. Sehr gut. Hier, komm. Nimm das. Was war das? Von wo? Geht's dir gut? Nein, mir geht's nicht. Ich weiß nicht, wo der Arsch schießt. Okay. War's das? Da oben ist doch einer. Euer Ernst? Ich war doch hinter einer Wand versteckt. Boah, Alter. Na los. Nee, vergiss es. Äh. Danke. Noch einer? Irgendwo höre ich doch rein. Ich weiß doch nicht, wo der ist. Oh, da oben. Wo denn? Oh. Da oben. Da. Ja. Der ist doch viel stärker als. Da camera. Da oben. Yan, da oben. Mei. Ah. Verschließ dein Herz davor. Oh, die werden jetzt alle zu Eismenschen. Oder Tatsache. Und die kannst du nur mit Fäusten. Die kannst du nur mit Fäusten. Na dann. Na los. Ich bin noch weggerollt. Was soll ich denn noch machen, Alter? Das ist zum Kotzen. Ich sterbe ja nur in dem Spiel, Alter. Ich merke schon, das ist viel sinnvoller, mit dem Schild zu arbeiten als alles andere. Das ist das komische Rollen, da habe ich das Gefühl. Aber das wird nachher nicht einfacher. Und ich bin gerade richtig pissig wegen dem Schildspiel. Und die Fähigkeit kann ich immer auch nicht einsetzen. Natürlich nicht. Und dann macht er nicht. Ja, sehr gut. Das ist so unfair, dass du dir halt nur mit Fäusten beziehen kannst. Oh. Die Wut behalte ich gerade. Ich bin ein paar Idioten. Oh, voll gut. Sehr gut. Nein, aber bewegt. Los, komm. Das ist halt auch weg. Kriege ich irgendwas cooles zum Heilen? Ey, was ein Scheiß, Alter. Tut mir echt leid, an der Stelle, dass ich mich so aufgeregt habe. Aber sorry. Das geht gar nicht klar. Komm, jetzt denke ich. Da oben ist eine Kette. So ein Dings irgendwie, wie kriegen wir die Kette jetzt hier rein? Was haben wir hier? Okay. Kacksilber, Kacksilber. Oh, Mann. Oh, Mann. Das ist doch offensichtlich. Wie? Wieso gibt es keinen Befehl? Da kann ich noch locker hier rumschmeißen, den Kleinen. Warte mal. Kann man hier durchschmeißen, da oben. So. Hier drüben. Ja, sag ich doch. Das geht drüben. Das gibt immer einen Befehl. Mach ich. Er schleicht bei jemandem. Er ist, glaube ich, immer noch traurig, wa? ... ... Atreus. Die Kette. Die Kette. Klar. Du denkst zu viel nach, Junge. Lass es gut sein. Er hätte dich getötet. Ich weiß, ich musste es tun. Das weiß ich. Es ist nur... Manipulation war doch gerade, oder? Das sieht so schön aus, so leuchtend, aber was ist da? Ich glaube, ihr seid uns doch die Heilung holen, ne? Wäre angebracht. Aber hier geht es ja auch runter, ne? Kann man hier nicht runter? Ne, erlaubt ist es nicht. Das ist jetzt voll Leben, aber wieso komme ich jetzt nicht hier runter? Da ist doch eine Kette nach unten, oder? Ne, ist okay, geht nicht. Also es gibt kein Befehl zum Klettern, ich drücke die ganze Zeit B. Ne, doch hier leuchtet doch, seht ihr das? Den Punkt? Na los, komm. Na, passiert nichts. Oh, guck mal hier, was wir übersehen hätten vor lauter Blindheit hier, ne? Große Kiste. Eieieiei. Nö, erlaubt uns echt nicht nach unten, das ist komisch. Das ist komisch, seht ihr den Punkt? Seht ihr das auch? Aber ich kann nicht runter. Habe ich mir das nicht verdient, oder warum wird das nicht freigespielt? Na, das ist komisch. Egal. Hier gehen wir jetzt zu den Geräuschen, die da sind. Oh. Dieses verdammte Drecksvier will einfach nicht über die Brücke laufen. Hm. Sie fürchtet sich vor etwas in den Bäumen da. Was ist da? Vater, wirf deine Axt auf die Bäume mit den weißen Stämmen. Auf der anderen Brückenseite. Du hattest recht. Hey. Du musst schlau sein, oder sowas, Junge. Du bist ein Junge, oder? Wie heißt sie denn? Keine Ahnung. Das Miststück hat ihn gefragt, wie ich heiße, also habe ich es auch nicht. Und du? Rock. Vera Lobel. Sag mal, du wirst es mir nicht glauben, aber die Axt, die du da hast, die habe ich gemacht. Ich und mein Bruder. Eine unserer Besten. Also lass niemanden an ihr rumvorwerken, außer uns beiden. Ja. Du musst sie gut behandeln, sonst nimmt sie schweren Schaden. Ich kann sie jetzt für dich verbessern, wenn du das willst, du Mistkerl. Also, was sagst du? Du hast recht. Ich glaube dir nicht. Komm, Junge. Da ist eine Rune in der Form einer Gabel unter dem Griff. Da hat er. Das war das Zeichen. Komm, meine Bruder und wir, bis wir uns trennten. Die eine Hälfte habe ich hier. Da. Also, soll ich sie jetzt verbessern oder nicht? Na schön. Dann verbessere sie eben. Hm. 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 Wo ist die andere Hälfte des Zeichens? Ach, die hat mein dummer Bruder. Aber ich habe das Talent. Sie! Rüsten wir dich aus. Na dann. Mal, Kratos, hm. Waffe erhöht die Werte dauerhaft, andere Gegenstände müssten ausgerüstet werden, um grad Us-Werte zu verbessern. Ja, dann machs doch einfach. ok sehr gut nicht genug ressourcen haben wir noch irgendwas wir können den klauenbogen verbessern hier haben jetzt einen neuen freund ja aber leicht und brust rüstung wird schweinhaut macht das bisschen mehr abwehr mehr glück mehr stärke weniger glück kriegen wir mehr mehr abwehr bekommen wir dafür die haben wir abwehren hier haben wir nur abwehr plus 4 hier passiert gar nichts minus 4 auf glück nur auf abwehr ich würde schon ein bisschen gern mehr stärke haben ok wir haben nicht genug ressourcen hax silber dafür brauchen wir das hax silber sie ist was brauchst du noch haben wir noch aber wenn es dazu packen das ist qualitätsmaterial sagt es doch ist aber vielleicht ein tag ok sehr schön und der trios rüstung haben wir nicht da haben wir nicht genug ressourcen wir brauchen weichen zwar them stahl um das zu basteln und links haben wir nicht genug und links haben wir auch aber unsere freunde aus den bäumen haben offenbar noch nicht genug da los schleudere deine axt so lange du nichts kaputt machst so lange du kommst du siehst und dann bin ich furcht so lange du siehst kannst nur auf die reunde so lange du siehst du gegen den bäumen siehst du schon mal richtig?」 dass siehst du ja nicht bäumen Reicht's für den jetzt? Ja, einer weniger. Ich hatte geblockt. Nein, dann darfst du das weg. Nein, die falsche Taste gedrückt schon wieder. Nein, ich krieg das auch immer wieder hin. Nein, erledigt. Nö, reicht jetzt. Danke schön, die Brücke ist wieder runter, aber vielleicht können wir jetzt zurückgehen und da mal runterklicken. Ne, wo war denn jetzt die Brücke? Woher gekommen sind? Hier drüben, genau. Das ist doch irgendwie eine Möglichkeit geben, da runter. Das lässt mich überhaupt nicht mehr los, ne, diese Stelle hier. Jetzt können wir runter. Du hast mich alleine kämpfen lassen. Stimmt. Menschen sind eine Sache. Gegen alles andere kämpfst du. Bis ich Halt sage oder wir tot sind. Verstanden? Leiste deinen Teil oder wir gehen heim. Verstanden. Das ist gut. Ach, guck mal. Wie klein die Welt doch ist, oder? Hier unten haben wir doch angefangen und hier sind wir doch... Ach, sieh mir eine an. Seht ihr das? Wir mussten ganz schön viel Umwege gehen, aber wir haben ja hier gekämpft in der einen Stelle. Das war jetzt wieder hier von oben. Wir sind doch von ganz oben runtergefallen. Wo ist denn die kaputte Rücke? Die ist hier ganz oben gewesen, ne? Und da sind wir reingestürzt. Da hier drüben, genau. Und dann sind wir reingefallen. Krasse Sache. Kommen wir hier runter? Nö. Axt wiederholen. Ist denn noch irgendwas? Ne. Okay, so. Dann haben wir es doch. Siehste? Das ist ja krass. Gucke, das ist wirklich die Stelle, an der wir waren. Und hier oben, irgendwo hier oben, wie gesagt, war die Brücke, die runtergefallen ist. Ach schön. Ich mag das, wenn das alles so zusammenhängt ist. Judy. Okay, dann kommen wir jetzt zum Ende der Folge. Danke, dass du wieder, danke euch, dass ihr eingeschaltet habt. Sorry für meine kleinen Ausraste, aber ganz ehrlich, das ging wirklich zu weit. Das war dann irgendwann echt zu viel. Dann habe ich echt keine Lust mehr. Wenn es wirklich dann nur so schwer wird, so frustrierend schwer, das macht dann echt keinen Spaß. Jetzt vielleicht auf Story Mode sein, wenn wir spielen sollen. Aber ist okay. Ich will ja auch ein bisschen herausfordernd sein, ne? Also, oder auch ein bisschen Herausforderung genießen, auch wenn es frustrierend ist. Gut, lange gelabert. Macht's gut, oder macht es gut. Und bis dann, euer Damir Ecke, während Quarte. Adio, ciao, ciao. Und bis dann, ich gehe.